Kommen wir raus, hier gibt es nichts zu sehen. Da ist der Papa hingeschön. Siehst du ihn? Grüß dich an der Seite. 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 Schauen wir mal, wie das Auto geht. Der Papa probiert es grade. Warte mal zwei Minuten. Vielen Dank. Jetzt kommt der Papa schon. So ja, schauen wir mal, wo der Papa ist. Der Hums fährt ins Fitnessstudio zum Disco-Pumpen. Der ist eh so fett. Servus. Anna. Hey fett. Hey zett. Das sind die ersten drei Platzierten jetzt vom Lauf Nummer 5. Erster Platz. Die ersten drei Platzierten zum Lauf Nummer 5. Erster Platz. Die 1039. Helmut Büberdinger von Stockhardt in Banderas. Einmal, so schnell gibt man den ersten Platz nicht her, gell? Gratulation. Zweiter Platz mit der 887. Simon Engelbrecht, SCC, Andersbach. Simon A4, Gratulation unsererseits. Auf Platz 3 seid ihr eins Kameram mit der Schlautung auf 505. Nicolai Schwarzer, IPOS, SCC, Andersbach. Und was alles sehr wichtig ist. Gratulation unsererseits. Was ist denn hier drin? Zeig mir schon mal. So, wir besitzen auch wieder alle angewiesen Arbeitsplätze. Mittagspause, Bandit ist vorbei. Dankeschön. Alle wieder auf die angewiesen Arbeitsplätze. Wenn Sie jetzt auf unseren Terminplan schauen, die haben ja wirklich gebraucht in der Zeit, um einigermaßen zwar deutsche Meisterschaftskunde zu vergeben. Und zwar in der Erwaltung, Deutsche Meisterschaft Mannschaft, verdammter Hirn. Da geht es jetzt ziemlich heiß hier, kann ich jetzt sagen. Grüntal, Kurs und SCC Dingholby. Das wird eine interessante Funktion. SCC Grünthal mit Christian Maus, mit Andy Schweiger, mit Michael Schweiger und Erik Eberl. Die starten aber 87, 368, 363, 373. MSC Pintos. Andreas Grünthal mit der 916, Markus Baum mit der 926, Markus Kuhn mit der 940, mit Puppenhaus und Karina mit der 942. Die erste sind die Gullvink, die man schon auf den Metern. Die Vorstand, Josef Hochmeier, Klaus Lesere, Marcel Lesere, Richard Bauchmann und Andreas Grasli, mit den Streifen auf 588, 590, 690. Das sind die drei Finks. Über den Streifen auf 588. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Früher haben wir zum Schuss immer noch nie durchs Lauf gehabt. Jetzt haben wir mitten rein mit Lauf Nummer 8. Noch mal der Termin. Nächstes Südrennen. Am 17.06. In der Slowakei. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist für heute. Das war's 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 für heute. Alle Personen anbietet sich die Sicherheits-Achtungsstrichen-Kosten-Sicherheitszeichen und rennenfrei. Alle Personen anbietet sich die Sicherheits-Achtungsstrichen-Kosten-Kosten-Kosten-Kosten-Kosten-Kosten-Kosten-Kosten. Alle Personen anbietet sich die Sicherheits-Achtung-Kosten-Kosten-Kosten-Kosten-Kosten-Kosten-Kosten-Kosten-Kosten-Kosten. Zwei Mustangs und eine, ein Teil seit der Pip-Dix. Wir müssen dann ausrufen und auslesen, wir müssen auch danach zurück. Zwei Gründelle in Führung und einmal drückgült, nehmen wir dann auf 14396. Jetzt seid ihr zu, haben wir gesagt, Schalere, Schweine, Rüe, 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 Rüe. Jetzt genauer, wir müssen die minute 3Rennen aus. Mamas Kotzt, 361, 371, Daniel 625, jetzt gasse Halt, so Halb statt mit 3. Dieser kriegt gleichzeitig leicht, ist das Liebstudiospause oder geben, es geht's nur um Protestant, hebul istgyn 2019! Aber trotzdem, als ein schönes hear owsses Rennen, ... ein großer Materialschlag. Wenn man schaut, was übergeblieben ist. Vier Fahrzeuge. Da ist schon einiges Material auf der Strecke gegeben. So, meine Herren, wir fahren dann langsam raus, wie wir uns schütteln, ins Fahrerlager. Jetzt brauchen wir dann drei Schlepper auf die Rennbahn. Drei Schlepper brauchen wir auf die Rennbahn. Michael, da ist alles verloren. Jetzt siehst du das. So, dann kommen wir zur offizielle Siegerliste. Sieger übernommen, wir haben noch einen durch. Jawohl. Ist das der S-Gast oder was? Nein, ich bin schnell. Und dann kommen wir an einigen alle Schlepper. Ich bin jetzt einigen. Der S-Gast oder den S-Gast oder den S-Gast. Und? Drei. 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 Vom Lauf Nummer 8. Oh ja. Das war ein Schlimmer wie ein Brottenstein. Oh ja, die Schlepper sind unterwegs. Da kommen noch zwischendurch meine Damen und Herren zur offiziellen Siegerliste. Laut ist unterwegs, ja ich gerade. Ah, da haben wir es schon. 20, Maximilian Frisch, essen Sie Sola. Hanna. Gratulation allen in den Ringen. Hanna. Andreas Dreidrauber und Anschluss nach demnächst einen zur Sicherung. Andreas Plank, Daniela Müller und Markus Sarkowski. Aber jetzt kommen wir. Vom Lauf Nummer 8 bei den Herren. So, unser Schirme wartet seines Amtes. Jawohl. Paul Kotzer, Fotograf mit dabei. Dankeschön. Sieger vom Rennen Nummer 8 und auf Platz Nummer 1, die 368, Andreas Schweiger, SCC Grünthal. Andreas, Pokalnummer 132, oder? Platz Nummer 2, 371, seine Startnummer, Erik Eberl, SCC Grünthal. Ehrlich, auf dir Gratulation. Unsererseits, Pokal überreift von unserem Schirmen und Bürgermeister aus Thomas Bank, Herr Martin Bieringer und auf Platz Nummer 3, die 926, Markus Bauer, MSC Pitbulls. Markus, auf dir unsere Gratulation. Wie immer das schönste Foto von der Sieger.